a E Ehn, Gepappnasen, Ihr sollt doch springen. Warum steht Ihr immer noch hier rum, und diskutiert? Es geht um neue Treuf Chef. Tröpfe ist das beste Getränk aller Zeiten. Aber Herbert will das einfach nicht einsehen. Ja, denn Held ist das genialste Getränk. Held schmeckt wirklich am allerbesten. Aber das geht Rudi nicht in den Kopf rein. Du meine Güte! Habt ihr Keksköppe denn noch nie von Kracho Trult gehört? Hm? Was für ein Pult? Kracho was? Nie gehört, Chef. Na dann, passt mal auf. Ich zeige euch jetzt, wie man das richtig macht. Tja, da staunt ihr was? So, jetzt sammle die Kistalle ein, wir müssen fertig werden. Jawohl, Chef. Okay, Chef. Na also, ihr Knarzköppe, jetzt wisst ihr, wie es geht. Ich fahre jetzt wieder. Bis dann. Ja, Bart? Was denn? Lass uns gleich dieses Kracho Trult kaufen. Das muss irre gut sein. Das ist die erste gute Idee von dir heute. Los, gehen wir. Kracho Trult, das neue Supergetränk. Und aller Streit ist vergessen. Jetzt in ihrem Getränkregal. Los, gehen wir. Los, gehen wir. Jetzt in ihrem Getränkregal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018